So, habt ihr es gesehen? Da ist nämlich ein Stein. Den Stein ist wichtig. Denn... Ich will das nicht. Wozu auch? Gut, dann machen wir es anders. Grüße, Genosse. Wir benutzen den Vogel mit dem Stein. Och, Floyd. Grüße, Genosse. Achso, hat er schon. Okay. Ich habe nichts gesagt. Na, komm schon. Das wird mich auch nicht... Damit kann ich nichts an... Das ist ein ziemlich... Mann, was machst du denn hier? Ich habe diesen merkwürdig aussehenden Vogel draufgelegt. Genau. Ich will das nicht. Das wird mich auch... Ähm, ja, okay. Was ist das denn jetzt hier, Mann? Ziemlich ungewöhnliche Idee. Ja, warum machst du es dann nicht einfach? Mann, wie habe ich das denn eben geschafft? Ich habe diesen merkwürdig aussehenden Vogel... Ja, das weiß ich selber. Das passt nie im Leben ins Orakel. Grüße, Genosse. Dann mal runter. Na, da war es doch schon. Ziemlich ungewöhnlich. Arr, mal lacker. Na, wo ist es denn jetzt? Ich habe diesen merkwürdig aussehenden Vogel draufgelegt. Ich will das nicht. Das wird mich auch nicht weiterbringen. Doch, Sam, wird es. Mach es jetzt! Dammt, nochmal umzugenäht. Damit kann ich nichts anfangen. Oh, Freunde, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Mensch, wie habe ich das denn eben hier hingekriegt? Das ist ein ziemlich blödsinniger Vorschlag. So lange ist das doch noch gar nicht her, dass ich das hier gemacht habe. Ah! Ziemlich ungewöhnliche Idee. Was ist das, wenn ich weggehe? Ach, so war das. Oh, das ist das, wie wenn ich dich will! Ich kann mich sagen, wie ich schlaufe, umgehe? Oh, das war's! Echt. Oh, das war's. Das war's. Ach, so war's. Das war's. Genau. Natürlich. Hört euch die Geräusche an. Fertig. Nein, 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 nein. Nicht kaputt machen. Das brauchen wir noch. Ah, ich hatte da eben so lange rumgedockt und rumgedrückt, bis er dann irgendwas gesagt hatte. Ja, und dann bin ich zwar auch gegangen. Die kamen dann auch, aber ich hatte jetzt gedacht, das muss ich jetzt auch noch machen. Hm, okay. So ist man also schlauer. So, wir kommen nämlich jetzt hier von oben in das Bild, wo wir nämlich eben waren und zum Dorf gegangen sind. Dumm-di-dum, dumm-di-dum-di-dum. Genau, jetzt nach hier. Wir müssen, na, hoppla, zum Gefängnisbus. Der Sam sagte auch ja schon uns, dass wir auch dort Loris treffen. Dem ist auch so. Und, äh, ja, die, äh, gibt uns dann etwas. Aber, zu viel möchte ich erstmal nicht verraten. So, und, äh, wenn wir dann dort angekommen sind, dann verlässt mich mein Missen auch wieder. Hehe. Ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Warum geht der nicht den direktesten Weg? Der hätte doch einfach rechts hier geradeaus gehen können. Aber nein. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. So, danach hier unten, Sam. Äh, Floyd. Jetzt bringen die zwei schon durcheinander hier. So. Was ist das? Dolores, du? Du willst, dass ich das lese? Do-it-yourself, Notfallsender. Man nehme eine Energiequelle, eine Sammelkristallinse, ein Laserrelais, den üblichen elektrischen Kram und eine erhöhte Stelle. Was heißt erhöhte Stelle? Ist ein Berg oder sowas gemeint? Ich muss also all dieses Zeug besorgen und es auf den Berg raufschleppen? Du kommst später rauf? Hey, warte, wo soll ich das Zeug denn herbekommen? Ja, und schon ist sie weg. Tja, so schnell geht das. Ähm, zuerst brauchen wir, er sagte es ja gerade schon, eine Energiequelle. Und die... Damit kann ich nicht... Wieder das falsche Symbol benutzt. Grüße, Genossen. So, das mit der Abdeckung. Und zack! Ja, da ist an der Batterie. Und schon haben wir eine Energiequelle. Freunde, so einfach geht das? Ja. Ich hab dafür so lange gebraucht. Boah, Freunde, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich hab heute fast den ganzen Tag nichts anderes gemacht als Floyd gespielt, ne? Also das ist phänomenal. Ähm, so. So, ich hab auf die Uhr geschaut. Wir machen jetzt hier Schluss. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Allzu viel ist nicht mehr zu tun. Dann können wir nämlich diesen schicken Planeten wieder verlassen. Und, äh, ja, dann fliegen wir wieder zurück zum Metro Prime. Also seid gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin. NRW über 18. Adieu. Und, äh, dann fliegen wir wieder zurück.